Hey ho! Hinter der Kirche in Sieber habe ich diese Konzertmuschel entdeckt. Bänke stehen drin, ist im Augenblick gerade wohl nicht hundertprozentig in Betrieb. Es sieht wohl so aus, dass das Areal gelegentlich von Wildschwein heimgesucht wird, aber hier können Konzerte stattfinden auf einer Grünfläche hinter der Kirche und diese Konzertmuschel bietet dann den Zuschauern ein klein wenig Schutz und lenkt den Schall in Richtung der Zuhörer. Konzerte sind natürlich insbesondere bei Kurgästen immer sehr, sehr beliebt und ich kann an dieser Stelle noch einmal kurz präsentieren, dass Sieber über ein sehr interessantes Wappen verfügt. Hier sieht man das nämlich hinten in dieser Konzertmuschel der Wand befestigt. Eine Zackel dazwischen, S-förmig der Sieberfluss und ein Hinweis auf den Bergbau in der Region. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen und ab und zu mal im Channel vorbei schauen. Die